... zwischen den starken Nachfolgen der SPD-Fraktion. Die Aufstellung von starken Nachfolgen in der 12-Kassenhandlung. In der Uwe, die 7-Kluss auf der Welt, die 8-Malder-Jammert, die 9-Malder-Jammert, die 10-Malder-Jammert, die 13-Malder-Jammert, die 13-Malder-Jammert, die 13-Malder-Jammert, die 13-Malder-Jammert, die 33-Malder-Jammert, die 33-Malder-Jammert, die 33-Malder-Jammert, die 3-Malder-Jammert, 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 die 3- Wir sehen uns beim Nachbarn, die hat uns geöffnet. Sie haben 2,5 Uhr auf dem Åberg. Ja, das ist das Chancel, das der Sportarten für Heeren abonnenten. Der Völmstwand ist Mario Bouska, der Zettelwölz war Ich aber auch. Der Herbst ist das Beinwesting von der Dorf. Die Zettelwölz in der Wandlung. Der Herbst ist feinander. Die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, over der Lai 14, Zweites Männer-Halbfinale. Wir treffen aufeinander als Gastgeber der Strasunder HV und der Gegner aus der Verbandsliga West, der SV Krivitz. Krivitz im Ballbesitz, spielt von links nach rechts. Er ist der Ballverlust. Er kommt über den rechten Flügel und erfolgreich ist die Nummer 20, Erik Hoffmann, 1 zu 0 für den SAV. Musik 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 Kompoko Musik 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 Der Abpraller bleibt auf der Seite vom SV Kriebels und Stürmerfoul produziert. Wieder der SHV mit die erste schnelle Bewegung und der Treffer durch die Nummer 18 vom 2-0 Christian Steve Marschall. Treffer vom Patrick Rethi, Nachpass von Steve Langmark, 1-2. Da ist wohl der Finger ausgekugelt, schmerzverzerrtes Gesicht. Und schöne Szene, da ist der Finger raus. Aber so wie ich Patrick kenne, wird das nicht allzu lange dauern. Dann hast du den Finger wieder drinnen und Patrick wieder auf der Platte, um seinen SV Kriebels weiterhin zu unterstützen. Der Wurf geht vorbei von Steve Langmark, von Steve Marschall. Jetzt Marco Dunkert, zieht den 7m. Und das nächste Duell wird sein, Steve Langmark gegen Tom Court. Und Steve Langmark macht es besser, bezwingt Tom Court im Tor vom SHV. Ausgleich 2-2. Der F-Gegenzug. Die Nummer 20, Erik Huffmann zur 3-2-Führung. freue mich. Mit Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und auch Benni Zachow geht ins 1-1, zieht die gelbe Karte und in 7m die gelbe Karte für Christoph Vetter vom SAV und erneut das Duell Steve Langmark gegen Tom Kort. Und ein zweites Mal ein bisschen Glück, Steve Langmark erfolgreich, Ausgleich 3 zu 3. Das war toll gemacht, Michael Köhler, auch Michael Schmidt und erneut die Führung 4 zu 3 für den SAV. Musik Musik Applaus Und erneut ist es Steve Langmark mit einem wunderschönen Schlagwurf aus der Rückraummitte erfolgreich 4 zu 4. Und Steve Marschall legt wieder nach, Führung 5 zu 4 für den SHV. Und zwei Minuten Schlafe gegen Michael Schmidt. Der Weizhofer Kreuzkranken in seinen Freunden geht es auch nach so wieder in Städte. Na los, na los. Stefan Kloss scheitert an Tom Korn. Der Weizhofer Kreuzkranken. Und Michael Köhler erhöht für den SHV auf 6 zu 4. Und der Weizhofer Kreuzkranken. 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 Die nächste Treppe durch die Nummer 20, Eric Hofmann für um 7 zu 4. Da auch schon der Dortwechsel auf Kribitzer Seite, Gerd Kölner raus und es kommt Heiko Frick. Passives Spiel angezeigt. Das macht sich tief Langmark zunutze, steigt aus dem linken Rückraum hoch, hat die unterstützende Sperre von Stefan Floss und verwandelt sich ins obere linke Eck zum Fünft zu Sieben. Ein paar Abstimmungsprobleme dort in der Zentrale, die erfolgreich ist für den SHV, die Nummer 33, der sich zum Chi-Shan. Musik 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 Wieder passives Vorwarnzeichen angezeigt durch die Schiedrichter. Musik 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 Nächster Ballverlust auf Krivitzer Seite. Musik 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 Den muss sich der Torwart Tom Cordt selber anstreichen. Der Ball war eigentlich schon gehalten, hatte keine Schärfe und er ledert sich den selber ins Netz. Der Ball war eigentlich schon gehalten. Der Ball war eigentlich schon gehalten. Wieder ein passives Spiel. Jetzt muss es wieder schnell gehen. Ein Pass, Feuer frei. Steve Langmark in die Arme von Tom Cordt. Tolles Stellungsspiel vom Torhüter des SAV. Leitet dann mit einem tollen Konterpass auf Christian Petter das 11 zu 6 ein. Huoc! 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 Musik Und wiederum das passive Vorwarnzeichen Michael Prempel in den Block Ecke für den SV Kribitz Das passive Spiel bleibt angezeigt Und Stefan Flosch scheitert Obwohl behindert Am gut aufgelegten Torwart vom SAV Tom Kort Steve Langmark Holt sich die 2 Minuten Strafe Somit der SV Kribitz Für 2 Minuten in Unterzahl Die Zeit ist angehalten Ermahnung vom Schiedsrichter an den Trainer Gordon Witt vom SAV Kribitz Soll sich ein bisschen zurückhalten Beim nächsten Mal gibt es die Strafe Es geht unheimlich schnell Unheimlich einfach sieht das aus Was der Drittligist hier macht Treffer drückt Christian Vetter Zum 12 zu 6 Das ist ein bisschen zurückgegangen Zum 12 zu 6 Ausdruck Musik Und der Drittligist Der Drittligist Der Drittligist Der Drittligist Der Drittligist Hochversuch von Michael Prempö. Durch den Ballverlust, die Nummer 30 vom SAV, Tim Cishan zum 13 zu 6. Und Team Time Out. Genommen von Gorn wird dem Trainer vom SV Kriblitz. Zufriedenheit sieht anders aus. So, ich hoffe, Gordon Witt hat sein Team nochmal neu eingeschwört. Der kann ja eigentlich auch nur besser werden. Und der SAV spult sein Programm ab. Haben gestern noch die Belastung in der dritten Liga gehabt. Mit ihrem Auswärtsspiel in Flensburg. Der Ball ist in der dritten Liga. Der Ball ist in der dritten Liga. Der Ball nimmt sich einher. Der Ball zieht ab als kleiner gewachsener Linkseinder. Und er zielt den Anschlussstreffer zum 7 zu 13. Und beim SV Kriblitz jetzt im Tor. Kajo Gores, ein alter Bekannter aus der MV-Liga. Der hat dort bei der SG-Banzkriblitz gespielt. Und viele Jahre auch beim SV Post-Springen. Vielleicht kann er die wichtigen und entscheidenden Impulse an die Mannschaft geben, indem er ein, zwei wichtige Bälle aus dem Spiel nimmt. Der Ball ist im Tor. 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 Passives Vorwarnzeigen, tolle Parade von Ayo Gores. Ecke auf dem Shishang, mit aller gekonnten Bewegung, den Ball ab. Ballverlust durch Prempel. Schmitz schnell Ball eingeleitet und Shishang scheitert erneut an Heiko Gores. SAV bleibt aber im Ballbesitz. Der nächste Versuch, der setzt Erik Hofmann. Bereits für seinen fünften Treffer in diesem Spiel und den vierzehnten für den SAV. Gutes Aufkreuzen im Rückraum, aber leider nicht von Erfolg gekrönt. Und im Gegenzug erneut Heiko Gores kauft Malte Herrmann seinen Hammer vom Kreis ab. Und trotz alledem der Abpraller landet wieder beim SAV. Und damit erneut die Chance. Und erneut Shishang scheitert an Gores. Der sehr solide in die Partie reinkommt. Musik 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 Jetzt wird der Ball geflogen und Michael Schmitz erhöht zum 15 zu 17. Sehr auffällig ist, dass der SV Krivitz kein probates Mittel findet, die großgewachsene und massive Abwehr des SAV zu knacken. Wir haben hier bestimmt das 6. oder 7. Mal das angezeigte Zeitspiel der Unparteiischen gehabt. Und auch mit einzelnen Aktionen, wie hier eben gerade gesehen, hat man keinen Erfolg. Man produziert technische Fehler, in dem Falle ein Stürmerfoul. Da hat Steve Langmark Glück gehabt. Der Treffer zählt trotzdem. Und er zielt hat ihn Tim Shishang. 16 zu 7 die Führung für den SAV gegen den SV Krivitz. Und Boris Demki mit dem Fehlpass. Jetzt macht er es besser. Er zieht einfach mal ab. Der kleine Mann mit der 83. Boris Demki mit dem Anschluss Treffer zum 8 zu 16. Der Trainer Gordon Witt wechselt durch. Jetzt sehen wir auch Marek Posekat mit der Nummer 25 beim SV Krivitz auf der Platte. Wie auch mit Nummer 26. Mach 10. Mike Langkau. Aber nichts von gut. Treffer Nummer 17 für den SAV. Er zählt. Durch die Nummer 8. Malte Herrmann. Karpath. Karpath verwirft. Tom Kors bleibt Sieger in dem Duell. Aber auch Herrmann scheitert an Gores. Damit geht es wieder schnell auf die andere Seite. Und erneut scheitert Frank Karpath an Tim Kors. Tom Kors. Der夜 scene. Der Hersch Darwin wird in deriend. Der Hersch beten. Die laughing. Die Marche. Gelbe Karte für die Nr. 18, Steve Marshall. Und zusätzlich auch die gelbe Karte für den Trainer des Hockey-Bürts, Gordon Witt. Erst holt er sich die gelbe Karte ab, jetzt ist er erfolgreich für seinen SAV. Tiefmarschall erhöht zum 18-2-8. Fehlpass von Steve Langmark, im Konter von Malte Herrmann und zusätzlich für die Nr. 8 vom S-Hockey-Bürts, Tim Röhrlands, die gelbe Karte. Die Führung jetzt für den SAV, 19-8. Sieben Meter Abwehr durch den Kreis. Und das Duell jetzt wird sein, erneut Steve Langmark gegen Tom Kort. Und jetzt kommt auch noch das Wurfbech dazu bei Steve Langmark. Hat den Tor heute der Tom Kort super ausgeguckt. Der Ball bleibt aber an der Unterlatte hängt, kommt wieder aus dem Tor zurück. Und im Gegenzug ist es erneut Malte Herrmann, der den Abstand auf 20-8 erhöht. Der Pass geht ins Leere. Der Pass geht ins Leere. Treffer Nummer 21, eingeleitet durch Erik Hofmann mit dem Pass auf Michael Schmidt. Und der nutzt diese Chance eiskalt. Das ist eine tolle Einzelleistung von Boris Janke. Der Nassenstein Gegenspieler und er zählt den Treffer Nr. 9 für den SV Kribitz. Pass vom Posekat auf Zacho. Wer scheitert noch an Tom Kort? Und mit dem Schlusspfiff erzielt Boris Zemke das zehnte Tor für den SV Kribitz. Dem entgegenstehen 21 für den SHV. Der zweite Halbzeit in dem zweiten Halbfinale. Der zweite Halbfinale ist wieder eine zweite Halbzeit. Halbzeitflug 21 zu 10. Das haben die Jungs toll gemacht. Der Pass kommt von Steve Marshall und vollenden tut das ganze Malte Herrmann. 22 zu 10. Und Steve Langmark fängt wieder in der zweiten Halbzeit an, wie er in der ersten angefangen hat, mit einem Hüftfuhr und dem Treffer Nummer 11 für den SV Krewitz. Es war bereits ein fünfter Treffer in diesem Spiel. Tolles Aufposten von Tim Shishang und dem Pass auf Michael Schmidt, der sie gekonnt am Kreis in Szene setzt und Heiko Goose im Tor des SV Krewitz-Britzing zur 23.11-Führung. Ballverlust von Steve Langmark kann den Ball nicht halten. Im Gegenzug ist erfolgreich Erich Hofmann für den SHV. Heiko Goose mit einer tolle Parade gegen Steve Marshall. Und Stefan Floss mit dem Schrittfehler. Keine Absicht zu unterstellen. Ist in die Arme gerutscht. Tim Shishang, Licht auf dem Boden. Hoffen wir, dass es für ihn in Kürze weitergeht. Tim Shishang, Licht auf dem Boden. Hoffen wir, dass es für ihn in Kürze weitergeht. 3.15 Uhr Nacht. 15.15 Uhr. 4.15 Uhr. 3.15 Uhr. 3.15 Uhr. 5.15 Uhr. Und für Tim Schischank geht es weiter, er steht wieder und nach Informationen vom SV Krivitz befindet sich Patrick Ritit mit einem ausgegoogelten Mittelfinger im Krankenhaus hier in Bad Dobran. Wünscht ihm gute Besserung und dass er alsbald wieder den Ball in die Hand nehmen kann. Erich Hofmann erhöht auf 25 zu 11. Erneutes Missverständnis, Ballbesitz für den SHV und Steve Marshall mit Urgewalt in die Maschen des SV Krivitz und er steht mittlerweile 26 zu 11. Stefan Floss, schön rausgelegt, auch Marco Dankert, der kann sich über die Linksaußenposition in Szene setzen, bezwingt Tom Cortz und verkürzt auf 12 zu 26. Das war's für heute! Das war's für heute! Das war's für heute! Das war's für heute! Oh! Ich hab' das! Okay, ich hab' das! Stürmer Foul durch Malte Herrmann, Freiwurf für den SV Krivitz. Erneut Steve Langmark, der sich durchsetzen kann, gegen Malte Herrmann, er bekommt den 7 Meter zugesprochen, der unparteiischen. Und jetzt kommt nochmal Marek Posekat, der beim ersten Mal nicht ganz so viel Glück hatte, ihm gegenüber steht Tom Korth. Der Ansatz war gut, aber Tom Korth hat den Braten gerochen, fischt den Heber. Herunter, und somit bleibt es beim 26 zu 12. Und Steve Marshall hat nochmal nachgeladen und durchgezogen. Treffer Nummer 27 für den SV. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und erneut 7 Meter rausgeholt durch Christoph Vetter Und das ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Anschlusserwerfer 14 zu 28. Und beim Unterbinden der schnellen Mitte, Marco Dankert, holt sich die 2-Minuten-Strafe ab. Somit der SV Kribitz für 2 Minuten in Unterzahl. Gustav Vetter kommt über die Linksausposition. Aber ihm am Weg steht Heiko Gores verhindert Schlimmeres und es bleibt bei der 14-Tore-Führung für den SAV. Christian Prempel mit seinem ersten Tor in diesem Spiel und dem Anschlusstreffer zum 15 zu 28. Und zur Belohnung holt er sich bei dem rüden Einsteigen gegen Tim Chishang eine 2-Minuten-Strafe ab. Somit der SV Krivitz mit 4 gegen 6 in Unterteil. Kurzer Torwartwechsel zum Siebenmeter. Gerd Körner kommt. Eben gegenüber steht Christoph Petter. So, Petter, bleibt cool, versenkt die Kugel im Netz und erhöht auch von 29 zu 15. Stief Langmark mit dem Wurfersuch aus dem Rückraum scheitert an Tom Kortz. Schade, da hätte Heiko Gores fast Unmögliches möglich gemacht. Aber von seiner Hand prallt der Ball doch ins Netz. Und die Führung wächst auf 30 zu 15 für den SAV. Besten, die Führung muss winnen. So, get's going! Er gehört aus der Zelle. Well done. Und dann geht's mit dem Laufssitz von Ruß und den ganzen Mann. Wir haben uns da beden, die Tore und die Bums eingezogen. Und dann geht's mit den Koffer. Und dann geht's mit den Kofferl. Und dann geht's mit den Kofferl. Ein gestellter 9 Meter, Stefan Floss scheitert bei der Genauigkeit seine Würfe und verzieht. Aber im Gegenzug ist auch Christoph Vetter nicht erfolgreich, setzt den Heber gegen den Fosseln. Glück für den SV Kriblitz. Es bleibt bei 15 Toren Rückstand. Und auch der erneute Versuch von Steve Langmark. Bleibt an Tom Court hängen. Nur zu einem Eckball. Da ist Erich Hofmann blöd aufgekommen. Tut sich weh. Höllisch. Die Schulter wird es sein. Ja, ich sehe gerade die Schulter. Unlücklich draufgestürzt. Auch da alles Gute, dass es in Kürze weitergeht. Erich Hofmann steht wieder. Führt die Ecke aus. Das heißt Schulter funktioniert. Und auch kann es weitergehen. Und Steve Marshall erhöht auf 31 zu 15. Für den Streisunder HV. Nummer 25. Marek Boselgaard mit dem 16. Treffer für den SV Kriblitz. Und im Gegenzug Tim Cizhang erhöht wieder auf 16 Tore Vorschwung. 32 zu 16. Tore Vorschwung. 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 Einer in der Stadt, allein in Amsterdam. Frank Karpath mit Treffer Nr. 17 für den SV Krivitz und im Gegenflug Michael Schmidt korrigiert den Abstand wieder auf 16 Tore, 33 zu 17. Eifers von Frank Karpath und Christoph Vetter. Mit dem gekonnten Dreher um das Bein von Heukogoros herum. Unter 34 zu 17 Führung. Schön umgeschaltet aus der Stämme heraus. Rempel auf Demki, der sieht, dass seine beiden Abwehrspieler noch nicht auf der Höhe waren. Geht ab, zieht ab und trifft zum 18 zu 34. Und Steve Marshall kann nicht gestoppt werden. Einer ums andere Mal legt der eine ab und erhöht mit seinem siebten Treffer auf 35 zu 18. Treffer zu sehen. ast Fangfehler durchbrempeln, Klöschloff-Fetter mit der anderen Variante des Drehers um das andere Bein herum und die Führung wächst, jetzt auf mittlerweile 18 Tore Vorsprung, 36 zu 18. Stefan Floss kann zwei Leute binden in der Abwehr vom SAV, legt den Ball dann raus zu Marik Posekat und er erzielt den Treffer Nr. 19 für den SV Kribitz. Erneut ist es Steve Marschall, der den alten Abstand wieder korrigiert, 37 zu 19. In dem Block des SAV, Frank Carpath und Hofmann, Erik Hofmann, vertändelt den Ball durch einen miserablen Pass zu seinem mitgelaufenen Mannschaftskameraden. Einwurf für den SV Kribitz und neuer Spielaufbau. Hat sich Boris Ziemke in den Abfaller geschmissen, kann den Ball behaupten und weiter geht es für den SV Kribitz. Der wahrscheinlich heute an seinen eigenen Möglichkeiten und an dem Unvermögen scheitert. Das nutzen die Streisunder in jeder Phase aus. Christoph Vetter mit dem Treffer Nr. 38. Christoph Vetter mit dem Treffer Nr. 39. Und Boris Ziemke hat erneut Glück, dass der Abfaller bei ihm landet. Er legt nach, bezwingt Tom Kort im Tor des SAV. Rückstand aber immer noch 20 zu 38. Treffer zählt nicht. Abgestanden. Und die Möglichkeit für den SV Kribitz das Ergebnis ein wenig zu korrigieren. Tolle Aktion von Steve Langmark. Ah, der passt auf Langkau. Kann nicht gesichert werden. Somit der SAV wieder in der Konterbewegung. Und den Treffer erzielt Erik Hofmann. Zum 39 zu 20. Wer macht das Finale bei Ihnen auf? Ja. 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 Und das war Krasse. Zwei Wurfbesuche des SV Kribitz, keiner findet die Weg ins Tor. Es bleibt bei der 19 tore Führung für den SAV. Ballgewinn durch Langkau, Pass von Karpath auf Dempki und Dempki erneut mit dem Heber erfolgreich, 21, SV Krivitz, 39, Strahlsonder HV. Und eine 2-Minuten-Strafe zusätzlich dazu für die Nummer 33, Tim Cishang. Jetzt gibt mal ein Schuss vorbei. von Steve Marshall, es kracht gewaltig, ernst gebägt. Und der nächste Wurfersuch von Frank Karpath, fällt nur in die Hände von Tom Kort. Und im Gegenzug tritt Michael Schmidt auf die 6-Meter-Markierung, dementsprechend Abruf vom Tor, schnell eingeleitet über die erste Welle und erfolgreich Marek Posekat. Für den FC Krivitz, es steht immer noch 22 zu 39. Kurze Konfusion. Für das Mal. Für die erste Mal. Für die erste Malen sind wir ein paar Malen. Ich bin ein paar Mal. Für die erste Malen. Für die zweite Malen ist es, dass sie eine neue Abrikaner der Bühden anbaten, für die zweite Malen anbieten. Für die erste Malen sind bei der Sekunden und bei der Berührung der Bühden. Musik Und zwei Minuten Strafe holt er sie ab, Malte Herrmann, seine zweite in diesem Spiel. Er wird das Ende dieses Spiels nicht mehr erleben, mehr SAV, wird die restliche Spielzeit in der Unterzahl bleiben, 5 gegen 6. Und am Punkt jetzt Marek Posekat gegen Tom Kort. Und auch beim dritten Versuch scheitert Marek Posekat vom 7-Meter-Punkt gegen den gut aufgelegten SAV-Torhüter. Treffer Nr. 40 durch Steve Marshall. Und im Gegenzug setzt sich Marco Danker durch, sich ein bisschen benommen, bekommt den 7-Meter-Pfiff und jetzt tritt an Mike Langkau. Und sein Gegenüber wird wiederum sein Tom Kort. Und auch Frank Langkau, Michael Langkau, Entschuldigung, scheitert beim Versuch, 1-7 Meter heute gegen Tom Kort zu versenken. Untertitelung des ZDF-Torhüter Und Erik Hochmann mit seinem zehnten Treffer in diesem Spiel erhöht auf 41 zu 22. Und auch Marco Dankert schnickt sich nochmal in die Torschütze ein. Schreibt er nochmal 23 für den SV Krivitz. Ein einseitiges Zuell mit einer aufopferungsvoll kämpfenden Krivitzer Mannschaft. Somit das Finale bei den Männern der Straße und der HV gegen Lötz. So, das ist die Krivitz. Das erste, dreieckige Strecke gegangen. Und dann seine Zimmert hinweg auf humble den verteiligen Silvone hohen.